Hallo, mein Name ist Claudia Plumenthal. Ich unterstütze dieses Helping Touch Projekt, weil mir die Arbeit von doTERRA Healing Hands seit Jahren sehr am Herzen liegt und ich dazu beitragen möchte, diese Aktionen auch in Deutschland und in Europa bekannter zu machen und dafür noch mehr Spenden zu bekommen. Ich fand es von Anfang an sehr beeindruckend, dass die Gründer von doTERRA gleich von Anfang an in Amerika doTERRA Healing Hands gegründet haben, bevor eigentlich die Firma sich wirklich selber tragen konnte oder Gewinn hatte und sie wussten, wir müssen gleich da investieren und gleich Projekte starten und natürlich werden auch alle Öle und Produkte ethisch hergestellt. Und es ist einfach so ein Zeichen und ich denke, deswegen ist doTERRA auch so erfolgreich. Und über die Jahre hinweg wurde natürlich schon sehr viel erreicht, aber es gibt noch viel mehr zu tun und deswegen haben wir uns jetzt zusammengeschlossen, hier in Deutschland und Europa durch die Handmassage noch mehr Spenden zu sammeln, die zu 100% an doTERRA Healing Hands weitergegeben werden. Ich hatte das große Privileg, im Herbst 2019 nach Kenia zu reisen, mit doTERRA dort vor Ort zu sehen, wie durch das Co-Impact Sourcen die Bauern vor Ort einfach ein besseres Leben haben. Wir haben auch eine Schule besucht, die von doTERRA Healing Hands unterstützt wurde und die Kinder haben uns so herzlich empfangen und Lieder gesungen und es war so rührend. Und einfach mit jedem Öl, das wir kaufen und mit jeder Spende, die wir geben, können wir so viel Gutes tun. Vielen Dank, dass ihr hier auf diese Seite gestoßen seid und ich hoffe, dass ihr mitmacht bei unseren Aktionen. und ich hoffe, dass ihr mitmacht bei unseren Aktionen ist.